Hallo und herzlich willkommen zu Haus der Tausend Türen. Wir haben ein Hauptspiel und ein Bonuskapitel. Hauptspielspiel. Um das Bonuskapitel zu schalten. Das könnte man überspringen, aber ich lasse es drauf. Das wird als умspiel. Das ist nicht so schlimm. Das war's. Das war's. Wieso hat die nichts abgekriegt? Wiener ein Schwierigkeitsgrad Standort Ok Ok Ja Schreibmaschine Ok 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 Kultenpfer Kultenpfer Schreckmaschine Kopier los geht ah Ich brauche ein bisschen noch ein bisschen um diese Tür zu öffnen. Wie wechsel ich jetzt für dieses Fahrrad? Ich brauche das Fahrrad entfernen, um mir die Hände schmutzig zu machen. Das brauche ich schon mehr. Oh! 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 Zettel. So, bloß jetzt ist wieder was gekommen. Es wurde etwas geschrieben. Wir haben Papier. Ne, Mann. Verehrte Kate, wir möchten Sie zu einer Vorlesung in unserer Schule für Spiritismus einladen. Wir haben nicht nur die Chance eines bekannten Mädchen kennenzulernen, Sie können sogar echte Geister sehen. Kommen Sie um 22 Uhr zum Plasser Old Hell, Zimmer 328. Grüße, Gabriel. Tschüss. Ich mache mal kurz lauter. Ich hoffe, wir ja gut. Können Sie die Bindosang? Ich hoffe, wir müssen ihn nicht tun, existem Leute... Ich hoffe, ich kann dich irgendwie murder oder denken, oder gemeinsam mit einem Vorspr초 war. Dieser้ sökig spirituell 반fällt mir. Dankeschön, auch gerne. Ich passe dich automatisch testament zu Dants ligger almost acht? Das ist viel Zeit. excesse Morgen ist das nicht das tut auf jemanden treffen wird cool Vielen Dank. 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 Perfect. Okay. 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 ich habe Oh. auch klar dass ich rein muss in der Rettung nur noch und drauf das muss ich später machen was uns hinter dieser Tür erwartet die nächste Woche Bis zum nächsten Mal. Tschüss.